Willkommen zum Alonma Tutorial für das Thermometer mit Uhr und Minikamera. Ein sehr unscheinbares Gerät. Man kann das ganz normal irgendwo hinstellen und es wirkt als würde es eine ganz normale Uhr sein mit Thermometer, die Zeit angezeigt und der Luftdruck wird hier gemessen, die Temperatur angezeigt und das äußert sich hier in einem Symbol, eine Schätzung wie das Wetter heute ist. Hier oben sehen wir das Datum und den Wochentag. Das Gerät sieht ganz normal aus, sehr unscheinbar, aber es befindet sich eben auch eine Kamera darin. Ich zeige jetzt erstmal wie man das Gerät normal einstellt und zwar gibt es hier den Mode Knopf. Hier wechsle ich zwischen Alarm, dem Datum und der Uhrzeit. Wenn man etwas verstellen möchte, drückt man auf Set längere Zeit, dann kann man hier jetzt zum Beispiel vom 24 Stunden Modus auf den 12 Modus umstellen, kann die an die Uhrzeit rangehen und wenn man fertig ist, drückt man auf Mode und das ganze wird gespeichert. Ebenso verhält sich mit allen anderen Modi hier zum Beispiel der Alarm. Hier halte ich auch Mode, stelle den Alarm um und und speichere mit Mode. Ein ganz normales Gerät, das auf den ersten Blick überhaupt nicht auffällt, aber hier drin befindet sich eine Mini-Kamera. Wenn ich das Gerät nun umdrehe, komme ich hier an die Einstellung für die Mini-Kamera. Dann nehme ich oben die Abdeckung ab. Hier sieht man, das Gerät war noch eingeschaltet. Hier ist der On-Off Schalter. Das hier ist Aufnahme und Foto, also Video und Foto. Hier kann man zwischen HD und VGA umstellen, also die Qualität des Videos und im Überschreibungsmodus werden alle älteren Dateien auf der Karte überschrieben, sobald neue Aufnahmen dazukommen. Hier steckt die Micro-SD-Karte drin, die wird hier eingesetzt und die zeichnet das Material auf. Hier oben haben wir auch noch einen USB-Anschluss, wo das Gerät aufgeladen wird und über den PC können auch die Daten von der Micro-SD-Karte ausgelesen werden. Wenn ich nun eine Aufnahme haben möchte, dann schalte ich das Gerät hier an, wenn es fertig eingestellt ist und hier beginnt die Aufzeichnung. Das ist der Recording-Modus. Gehe jetzt mit der Hand hier vorher, dann wird die Bewegung registriert und das Gerät nimmt auf. Das gleiche gilt für den Foto-Modus, den ich hier einstelle. Hier wird gerade ein Foto gemacht. Wenn ich jetzt wieder mit der Hand vorher gehe, wird das Foto aufgenommen. Fertig. Das Gerät ist nun aktiviert. Ich mache das Fach wieder zu und postiere das Gerät, um Daten aufzuzeichnen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020